Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge, oh, äh, Minecraft Staffel 3, ähm, ja, es gab Probleme, nee, es gab keine Probleme, wir haben den Server auf die 1.19 upgedatet und haben uns einen neuen Spot rausgesucht, mit dabei ist Niklas. Okay, Niklas ist nicht da. Wir haben ja oben schon jetzt zweites Markler gefunden. Zwei? Oder ein Mikrofon. Oh, dieses Kabel macht ein Mikrofon, mein Gott. Oh, nee. Also heißt es mal wieder von vorne anfangen, ne? Dann ist mal oben eine Werkband drauf. Mach das. Boom. Sticks. Ich seh das schon, komm, dass wir uns gleich hier erstmal schön verregen lassen. Durch die Zombies. So. Hä, wo ist denn die Werkband? Oben, am Berg. Ah, hier. Machen wir ein Gemeinschaftsprojekt, oder wie würde das jetzt laufen? Wir können aus dem ganzen Berg ein Schloss oder sowas bauen. Bin ich dabei. Weil wir können zum Nachbarwerk, zum Brücken bauen, dann sind wir noch eine Brücke, zum Nachbarberg. Genau. Wir können das Tal unten nutzen, wir können, also das Tal und das Tal da. Wir können eigentlich voll viel nutzen. Wir gehen direkt auf Eisen, ja. Juhu. Wo sind denn die Zombies, also? Haben die Zombies keinen Bock? Doch, da. Oh nein, Automatisch springen ist dann. Achso, das sollst du ausschalten. Warum ist das? Ah ja, weil ich mein, komm, 19 Liter, wie ein Beziehender aufsetzt sind. Ich habe den einen Typen nicht begrüßt, ne? Der hier drin ist. Auf dem Server. Der wird sich auch verarscht kommen. Auf wo kommen. Hm. Noch mehr Akkohle. Ich liebe Akkohle. Kohle, Kohle ist nicht mehr Akkohle. Ich liebe Akkohle. Was sind? Oh. Ja, ich auch Oh Wow Okay ob ich jetzt mal dabei hab. Na. Nein. Ausklettern in der Menn da oben. Das ist Hauptkunk. Ach, lieber nicht. Ich will nicht darüber reden, alles gut. Nein. Das ist meine Sache. Ah, coole abzufahren ist immer lustig. Ich bin unter dir. Ich habe eine Brücke. Ich habe eine Brücke. Ich habe eine Brücke. Ich habe eine Brücke. Ich bin unter dir weg. Ich bin unter dir weg. 3 sind tot? 2. Einer lebt noch. Alle 3 sind tot. Alle 3 sind tot. Alle 3 sind tot. Alle 3 sind tot. Alle 4 sind tot. Alle 3 sind tot. auch genügend mein Bruder ist vor zwei Monaten aufgestanden weiß er was er macht an seine Playstation 5 gehen schlimm sowas wünscht ihm seit 10 Minuten wochen ist nicht mehr stunden und beziehung hallo kippen alles gut alles gut ja 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 Das ist irgendwo unten. Das ist irgendwo unten. So, jetzt bin ich weitergefahren. Toll. Was denn? Wieso bin ich auf die Taste? Ach so, scheiße, ich hab mir dumm vor uns Moin geschrieben und bin auf die Taste M da durchgekommen und dadurch auch mein Mikrogestimmt. Scheiße. Leckt man das auf M? Na, das frag ich mich jetzt im Nachhinein aber auch. Weil ich dumm bin. Ich hab Mikrogestimmt bei OBS auf NUM 6. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Und dann schon gleich auf NUM 5 oder eben oder sowas. Das muss ich nach der Aufnahme umstellen. Ich wollte mich nämlich eigentlich stumm, weil es am Hals gekratzt hat und dann hab ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit schon gestummt war. Das ist doch scheiße. Loll. 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 Bist du irgendwo in den Wald gerannt? Oder bist du irgendwo verregt und ich hab's nicht mitbekommen? Bist du irgendwo in den Wald gerannt? Bist du irgendwo in den Wald gerannt? Um fehl, ja. Achso. Das war ein Danker. Was baust du um ein schönes? Ähm, ich hab jetzt grad nen Haufen Öfen gebaut. Was? Was? Ich hab grad ein paar Öfen gebaut. Und jetzt bin ich grad am Holz formen. Hä? Moment. Oh oh. Dann hat er vielleicht abgeschmiert bei ihm. Ja, er schluckt auch so, dass er es annimmt. Ja, manchmal rum. Ey. Wenn man dachte, dass der Tag schon scheiße anfängt, ne? Indem man von den Nachbarn geweckt wird, fängt man jetzt einfach an noch zu staubsaugen. Hm. 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 Hast du mich unten nicht wiedergefunden? Was? Hast du mich unten nicht wiedergefunden? Was? Ich dich? Hm. Nö. Vielleicht bauch ich schon ganz woanders. Weiß man noch nicht. Ach, da bist du. Oh lol. Was machst du da drüben? Eisen. Achso. Ich kann ja sagen, Cola haben wir immer noch genug. Ich hab ja gar nicht viel Cola aufzubauen. Ja, wenn du da... Ich tu grad bisschen Steineisen und so'n scheiße schmelzen. Oh. 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 Das war ja mal Astrain. puten los. Doofle Eisen. Ohne. Ich te mal. Ich geh mal. gegen früher gar kein vergleich mehr gegen früher kein vergleich mehr kohle kohle haben wir ihn noch das müsste einfach mal ein kompletter sein und das hier einfach nur so eine so ein tal ich glaube dass mein steck eisen reicht erstmal was mein verrekt nee mal husten oder der dröhnt übel erst fängt er an dem hals übel zu kratzen und dann muss ich so schnell wie möglich ich sollte mir aber einfach auch vielleicht eine stricke ganz dominik ja ist bei dir gerade windzug oder was kein problem hat sich bloß angehört das stimmt aber ich glaube die müssen wir auch noch komplett abbauen so viel so viel stein wie wir schmelzen müssen ich habe hier oben einfach mal aus einem ofen einfach mal acht gemacht oder neun ich habe mal einen provisorischen weg also gebraucht mit links was das alles gefarmt habe hier oben da ich glaube am nächsten am nächsten tage werde ich immer nach schauer versuchen wir haben wir dann werde ich mit der schärfe noch mal rumrennen und noch zwei holen also noch mal zwei holen ab die höhlen menschen machen wird übrig vielleicht dass wir den die nacht überspringen können ist das problem gerade deswegen renne ich gerade mit der schere rum und suchst nach dem scharf niklas bitte die bombe wieder nachsetzen das ist ein zombie das ist nun das ist ein creeper scheiße ich finde keine scharfe gerade du hast die alle geteilt gekillt oder ich habe die einen anrechnung gekillt ja naja ok das ist jetzt nicht so schlimm hier ist ein zombie villager das ist auch kein scharf nein au schnell weg hier au au daneben oh hier ist wieder lava wenn du in die andere richtung rennst dann findest du mindestens noch ein stick eisen plus noch mal drei weitere emerald ja bei mir war auch noch eisen genügend und haufen kohle da sind zwei skelette da gehe ich nicht hin äh niklas ja ich tue mal äh hast du mal auf o geguckt? das habe ich schon gemacht hast du schon? ja ich muss mal nämlich kurz meine aufnahme schnell unterbrechen damit ich die mute taste mal schnell umlegen kann dass ich nicht so schnell wieder ne das heißt wir sehen uns gleich wieder ja